Das hier ist das Kanji für Fisch. Die Lesungen sind als Kundenlesung Sakana, was auch gleichzeitig die Vokabel für Fisch ist, Sakana, und Uo, was ich allerdings relativ wenig in Komposita gefunden habe, also scheint nicht so häufig unverbreitet zu sein. Da habe ich auch nur ein Beispiel dann für euch. Und die einzige Onlesung ist Gyo. Gyo. Ja, es hat insgesamt 11 Striche und die sehen wie folgt aus. Zunächst der von rechts oben nach links unten, der erste, eins, dann der Haken, zwei, dann wie das Feld drunter, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann diese vier kleinen Punkte oder, ja, Mini-Strichchen da unten. Acht, der erste so ein bisschen nach links, die anderen eher nach rechts. Acht, neun, zehn, elf. Ja, insgesamt also elf Striche. Das Ganze noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, ähm, als Eselsbrücke kann man sich eventuell merken, dass, naja, das hier wie eine Bratpfanne ist oder ein, äh, Herd, eine Herdplatte. Da drunter ist Feuer. Das hier kann mögliches Feuer radikal sein. Diese vier kleinen, ja, züngelnden Flämmchen hier unten. Und da, ja, wird hier gerade Fischknochen draufgetan oder irgend sowas. Ähm, ja, das ist dann also Sakana. Irgendwie stellt euch vor, dass ihr Fisch braten wollt und so weiter. So kann man sich es eventuell merken. Ein bisschen abstrakt gebe ich zu. Aber, man, was tut man nicht alles, um sich diese, äh, chinesischen Schriftzeichen einzubläuen. Ja, ich habe noch drei Beispielkompositor für euch. Und zwar folgende. Das Zeichen für Mensch zusammen mit Fisch. Das liest sich folgendermaßen. Ning-gyo. Ning-gyo. Und das bedeutet Meerjungfrau oder Nikse. Etwas, was man in einem der letzten Arks in One Piece, der Staffeln in One Piece, zum Beispiel eben häufig gehört hat, wo es um Fischmenschen, Meerjungfrauen und so weiter ging. Ning-gyo. Also, gerade was so Fantasy-Geschichten damit angeht, hört man die Vokabel, wenn man sich da ein bisschen in dem Metier befindet, doch relativ häufig. Tja, dann gibt es auch folgendes. Das Zeichen für Fisch zusammen mit dem Zeichen für Essen. Das Ganze liest sich gyo-shoku. Äh, shoku. Entschuldigung. Gyo-cha. Da. Nochmal. Gyo-shoku. Gyo-shoku. Und, ja, das heißt auch schlicht und ergreifend Fisch essen. Wer hätte es gedacht. Gyo-shoku. So, und als letztes Kanji-Komposita mit Fisch zusammen biete ich euch folgendes an, um einmal auch die andere Kundlesung hier, das Uo, ja, einmal ein Beispiel dafür zu bringen. Und zwar, zusammen mit dem Zeichen für Fluss liest sich das Ganze Kawao, Kawao, Kawao. Und, tja, wer hätte es gedacht, Zeichen für Fisch und Fluss zusammen heißt Flussfisch. Kawao. Ja, und das soll es auch gewesen sein für das Kanji für Fisch.